Guten Morgen aus Mainz an diesem 12. Dezember. Stromausfall in Mainz, das war die Ursache. Vom Flugzeug zur Ferienwohnung Stromberger baut Transall um. Zwei neue Beigeordnete für die Stadt Alzey. Rauertun an Flughäfen Lufthansa Personal leidet. Das und mehr heute im Podcast. Die Auswirkungen des Stromausfalls von Samstag in Mainz sind noch immer spürbar. Der Blackout hatte die komplette Mainzer Innenstadt, den Hartenberg sowie Teile von Gonsenheim-Mombach und Bretzenheim lahmgelegt. Nun steht die Ursache fest. Ein Kabel in der Dagobertstraße war durchgeschmort. Konkreter, es gab einen Isolationsfehler bei einem Mittelspannungskabel, dann gab es einen Kurzschluss und schließlich einen Spannungsabfall im Stromnetz. Durch einen weiteren Defekt im Umspannwerk Pulverturm kam es dann zur Schutzabschaltung des Umspannwerks und zum Blackout. Inzwischen habe eine Baufirma das beschädigte Mittelspannungskabel freigelegt. Es sei bereits am Sonntag durch ein neues Kabel ersetzt worden. Im Parkhaus am Mainzer Brand gibt es am Montag immer noch technische Probleme. So konnten keine Dauerparktickets an der Einfahrt benutzt werden, Bildschirme funktionierten nicht und auch die Ausfahrtschranke stand längere Zeit offen. Eigentlich wollte der Stromberger Tourismusunternehmer Dominik Weil eine der originellsten Ferienwohnungen schon in diesem Jahr eröffnen, nämlich ein ausgemustertes Transportflugzeug vom Typ Transall der Bundeswehr. Seine Idee war es, den Laderaum samt Cockpit in ein Ferienappartement für sechs Gäste umzubauen. Vorgesehen sind Wohnbereich, Esstisch, Küchenzeile, Bad mit Toilette, genügend Schrankraum und Betten für sechs Personen. Doch Corona und immer neue bürokratische Auflagen haben das Projekt verzögert, aber unverdrossen ist, weil dabei seinen Traum vom Trall Hotel zu verwirklichen. Dieser Name ist eine Mischung des Kosenamens Trall für das Flugzeug und den Begriff Hotel. Das Trall Hotel soll ein touristisches Leuchtturmprojekt werden, weil hofft auf flugbegeisterte Gäste aus aller Welt, denn bisher gibt nirgendwo ein Flugzeug, in das man sich zum Wohnen einmieten kann. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz, WVR, erhöht zum Jahreswechsel die Preise für Trinkwasser. Das kündigte der in Bodenheim ansässige Versorger an. Ihren Schritt begründet die WVR unter anderem mit steigenden Löhnen sowie extremen Verteuerungen auf dem Energiemarkt und innerhalb der Baubranche. Zudem müsse sich die Trinkwasserversorgung im WVR-Versorgungsgebiet, zu dem etwa Teile der Landkreise Mainz-Bingen und Alzei-Worms gehören, auf die Herausforderungen des Klimawandels, besonders auf heiße und trockene Sommer vorbereiten. Dazu werde unter anderem ein Solarpark in Guntersblum gebaut werden. Auch gäbe es hohen Investitionsbedarf, um das Trinkwassernetz zu erhalten und auszubauen. Wie sich die Trinkwasserpreise für die Kunden konkret erhöhen, hängt davon ab, in welchem der drei Tarifgebiete man wohnt. In Alzei sind Klaus Kübler von der SPD und Michael Lohmer von der CDU als neue ehrenamtliche Beigeordnete gewählt worden. Sie treten die Nachfolge von Nathalie Bauernschmidt an, die ab dem 1. Januar als Bürgermeisterin in Bad Dürkheim tätig sein wird. Kübler erhielt 20 Ja- und 5 Nein-Stimmen, während Lohmer gegen Kemal Gülschere von den Linken mit 18 zu 7 Stimmen gewann. Mit dem Bevölkerungswachstum über 20.000 Einwohner in Alzei wurde beschlossen, die Hauptsatzung zu ändern und die Zahl der ehrenamtlichen Beigeordneten von 2 auf 3 zu erhöhen. Dr. Hans-Werner Stark von der FWG bleibt erster Beigeordneter und ist verantwortlich für Kitas, Schulen, Soziales sowie Standesamt und Bestattungswesen. Lohmer wird das Einwohnermeldewesen, Freizeit und Sport, Verkehr, Gewerbeangelegenheiten und das allgemeine Ordnungsrecht übernehmen. Kübler kümmert sich um Stadtsanierung, Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz sowie die Feuerwehr. Das Lufthansa-Bodenpersonal an deutschen Flughäfen erlebt einen rauen Arbeitsalltag mit verbalen und physischen Übergriffen. Aufgrund von Personalmangel und engen Schichtplänen herrscht hoher Druck. Verdi fordert für die bundesweit 25.000 Bodenbeschäftigten eine Gehaltserhöhung von 12,5 Prozent oder mindestens 500 Euro, zusätzlich eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro und eine Schichtzulage. Die Tarifverhandlungen starten am 18. Januar. Mitarbeiter, die während der Corona-Krise andere Jobs annahmen, berichten von besserer Bezahlung ohne Schichtarbeit. Das führt zu hohen Krankenständen und verstärktem Personalmangel. Verdi betont die Notwendigkeit angemessener Bezahlung für das anspruchsvolle Arbeitsumfeld. Lufthansa erwartet faire Verhandlungen. Der Darmstädter Pharmakonzern Merck arbeitet an der Entwicklung von Cultured Meat, einer innovativen Fleischalternative aus dem Labor, die in einigen Jahren möglicherweise in Supermärkten erhältlich sein könnte. Dieses Fleisch, das tatsächlich von Tieren stammt, wird ohne das Schlachten von Tieren produziert. Die Zunahme der Weltbevölkerung und des Fleischkonsums stellt eine Herausforderung für Ressourcen und das Klima dar und Cultured Meat könnte eine Lösung bieten. Zellen werden aus Muskelgewebe von Tieren isoliert und in einem Bioreaktor gezüchtet. Derzeit sind die Produktionskapazitäten beschränkt und Cultured Meat ist teuer. Ein Burger-Patty kostet über 100 Dollar. In einigen Restaurants in Singapur, Israel und Kalifornien kann man jedoch bereits kultiviertes Fleisch testen. Cultured Meat ist potenziell gesünder, umweltfreundlicher und ressourcenschonender. Merck arbeitet an der Herstellung von Zellkulturmedien für diese Technologie. Es könnte 10 bis 15 Jahre dauern, bis Cultured Meat in deutschen Supermärkten verfügbar ist, wobei seine ethischen und ökologischen Vorteile die Verbreitung beschleunigen könnten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeineminderzeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.atvrm.de.